so ok ja freedom 1 episode 3 level 7 also das vorletzte level aus der episode außer wir finden jetzt noch ein super secret level oder normales level keine ahnung ok das sieht ja aus wie katakonten oder sowas ähnliches was hab ich ja schon wieder auf dem papier ja ach so das ist so scheiße one way ne ja man kommt nicht zurück ey das ist ja mies alter so viel schöne waffen und munition und man kommt ja nicht zurück die wollen mich doch ficken gut wo ist das hier in der meme wo das ist ja ganz am arsch ich wollte mich doch verarschen ja es ist doch nicht gelistet eine schwarze linie ist erkennbar gibt es noch irgendwelche sequels mann ich will hier nicht raus leck mich doch ach gleich da oben ok also das ist diese schwarze linie da gut dann wissen wir also schon mal wo man hin muss wenn wir zum ende keine munition mehr haben sollten sie sind es sieht interessant aus ja gut passt man nicht hier so eine steinstufe und dann so eine metallabrandung passt nicht wirklich also metallabrandung an sich passt natürlich schon kann man machen ja aber erlägt mich oh oh los los alter ihr wollt mich doch ficken nein wieso kommen die da rüber hä wo ist er jetzt hin äh die leichte ist verschwunden das ist die was ach so na gut jetzt schon gar nichts wie wir sind ja voll leute ich bin ich nicht so künstlich auf ok du gehst auf dann wirklich nicht mal auf und das ganze verpissen hier ja da will ich mich direkt treffen lasse jetzt hier ist doch ja nicht so weiter also langsam nehmt die bot mehr hallo das ist ja schon wieder los jetzt verschwende ich munition dankeschön überhaupt normalerweise rüber nee kann man kann war nicht darüber auch nicht ach so ok wir können doch rüber das genau der bereich so merken aber nicht benutzen weil wir sind relativ voll diese scheiß verfickte tür all davon hier überall hängen bleibt jetzt kommt noch in kommt jetzt noch auf oder er nicht so oder ja klar jetzt oder so raus ok und schon kann ich ihn hier in ruhe abarbeiten na komm ein bisschen netter jetzt geht er wieder rein so ein bisschen alle alle waffen ein bisschen gleichmäßig verwenden damit wir von allen ein bisschen was verbrauchen weil wir kommt weil bei den buch zack bekommen wir denn jetzt von allen was gerade von der pistole bekommt man glaube sehr viel sogar zurück von daher können wir da ein bisschen mehr raus powern ok wir müssen rote das ist das hier ja kommt mal her alle tot ja scheint so lasse ich erstmal alles liegen oh gott oh gott oh gott komm die rein weil selbst wenn ich bin ich bin vielleicht gleich in der falle ok 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 stopp mal ja verkauf wir nehmen die hier nein ähh die hier Na, komm jetzt. Boah, Alter. Hey, ich höre euch. Kommt mal her jetzt. Wo seid ihr? Hallo? Alter. Ach so, da drinnen geht es auch noch weiter. Leckt mich doch. Ja gut, ein Gegner ist jetzt eine Falle, oder? Ja, das ist sowas von eine Falle. Och, leckt mich doch am Arsch. Okay. Mindestens wird uns ja zumindest schon mal gesagt, welche Waffe wir benutzen müssen. Habt kein Bock mehr. Oh, look, look. Oh, Cyberteamers. Geh auf wieder nur alle. Alter, es gibt's doch... Warum kann man doch diese Kackdinger hier nicht durchschießen? Oh, doch, kann man ja. Okay, ich hab nichts gesagt. Okay. Fuck. Alter. Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Halt, erstmal Äh, jetzt überlegen, halt, stopp Hä? Haben wir 96 Ja komm, nehmen wir einmal Dich und danach nur eine Minimale Verschwendung von einer Rakete Das kann man noch hinnehmen Es schmerzt zwar schon Innerlich Ich würde jetzt am liebsten aus dem Fenster springen Jetzt würde ich am liebsten Aus dem Fenster springen Alter, was war das denn jetzt gerade hier? Ah, geht wieder auf, okay Äh, sonst gibt's hier nichts, oder? Nein, sieht nicht so aus Außer ganz viel Leben Hallo? Danke Ah, ich bin doch idiotisch Ich hätte doch lieber noch Raketen lassen können Weil wir kriegen ja auch noch durch den Rucksack Ich glaube, ein oder zwei Raketen Mindestens Egal, ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt Komm, leck mich am Arsch hier Fuck Fuck Okay Okay Was ist das für eine Map? Sag mal, die gefällt mir Komm her, komm her, komm runter Komm, ich soll dir eine Runde Nein Oha Oh nein, das ist ja gar nicht Also ich kann nicht so hoch gucken, was ist hier los? Ich muss mich hier dran halten Ich muss mich hier ganz nah ran schmiegen Oh, Leute Oh, der macht mich hier nicht ganga Ist das tot oder nicht? Nee, das ist nicht tot, garantiert nicht Der wartet auf den richtigen Zeit, äh, auf den richtigen Augenblick Oh, Mann, Alter Wie ich was hasse Tot? Tot Hauptsache, das waren alle Äh, nein Es waren zumindest alle Hit-Warner Äh, die Decke würde wohl nicht runterkommen, oder? Die Decke kommt sowas von runter Die Frage ist nur, wie weit sie runterkommt Ja, ich denke, das wird nicht verschwendet Hier Ist die noch was? Nein, auch nicht Oh, die doch nicht Die Ding ist runter Ähm, okay Und da kommen wir, okay Ich höre hier, stimmt Sind sie uns jetzt wieder gespawnt, oder? Alter, ist das tief Da ist ne Plasma-Waffe Nice Das gefällt mir Ja, scheiße, komm ich noch hoch Auf den Freitod Oh, Alter Die machen sich doch lustig über mich Da ist ein Ausgang Wie mich hier jeder Wichse erstmal trifft, ey Wo denn? Ich hab doch alle abge- äh, erledigt hier Danke Oh, Alter Oh, Alter Ah Was mache ich denn hier? Alter Ey, ich muss vorsichtiger spielen Das geht ja aber gar nicht Okay, jetzt mal ganz ruhig Halt Ich muss da raus Gut, mein Problem ist Ich seh unten nichts Ich weiß also nicht, wo ich hinspringen kann Ohne dass ich viel Damage bekomme Hier ist keiner, oder? Ja, komm Ach, weg mich Wo ist jetzt der Einzelne? Ach, sorry So, jetzt hier langsam und vorsichtig Oh, das war doch klar Oh, das war doch klar Kommen wir hier wieder hin Na, ich lass erstmal da Okay, ist wieder hochgegangen Oh Gott, das geht da tief Oh Gott Okay 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 Oh Gott Ah, sehr schön Sehr, sehr schön Ah, da geht's runter Sind da Viecher drinnen? Nein, keine Okay, sehr schön Oha Ah, gut Ah, Raketen Sind einfach voll Da ist auch welche drinnen Ich gehe bitte nicht weiter Okay Na gut Voll annehmen Gut Seite 1 Hatten wir abgeschlossen Seite 2 Haben wir auch abgeschlossen Ich wage euch einfach mal runter Mit dem Wissen, dass das Wahrscheinlich ein Todesurteil ist Ist da was? Okay Wir gehen das mal nach da Klar verhalten Mach doch Da gibt's Leben Oh Pinky Und hier gibt Munition Sehr schön Sehr, sehr schön Das Ganze Okay Lass hier schon mal Kreisverkehr Wow, 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 wow Oh, wow Heute Halter Waffe Definitiv halter Waffe Wie konnte der mich grad treffen, Digga Ich war Ich hab ein 286er Junge Oh Gott Ich hab das Ach ja, wenn wir hier Backlight Oh Gott Bitte was Ihr wollt mich doch ficken Ähm 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 Äh Hä 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 Dann machen die einen Lärm Ähm 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 Danke oh man alter zuallererst muss der pinkie weg problem ist nur soweit er wieder weg ist er kann definitiv ausweichen also die größte verschwendung meines lebens von daher kommt einfach mal her da kommen wir jetzt lebt er noch nicht immer noch lebt er schon wieder gibt überhaupt so alle druck da sind zwei wieder auf dem fleck trocken hat sie haben jetzt betroffen ja perfekt okay so kann man das ganze stehen lassen das gefällt mir schon ganz gut jetzt geht hier weiter ich versuche mich mal klein zu halten ich hoffe das bringt irgendwas nein gar nichts ist schon der nächste heraus auch die können daraus leck mich doch da kommt das mein problem ist ich weiß nicht wie viel rakete ich noch über habe am besten mit rakete erstmal auf und wird erst was wir konventionellen waffen greifen so wie zum beispiel meine schicke ja was auch immer das für eine wache ist da bleibt man stehen ja da ist da noch einer da ist da noch einer Was? Von wo? Digga, wieso können die mich? Ach, will die ja alle... Oh Gott. Ja, das war ja was. Die können ja durch diesen Scheiß-Ramme durchschießen. Mann, ich hasse das. Warum können die sowas? Ja, und ich kann da nicht mal durchgucken. Kann ich vergessen, die ganze Scheiße hier ist doch alles gefaked. Oha, Alter. Weiter. Ich bin mal rein, das ist die Kerze. Aha. Wo führt das Ding hin? Wo bin ich? In einem großen Raum. Oh Gott, es ist dunkel. Na, schon Rüstung gibt's hier. Noch einen Teleporter gibt's hier. Hä? 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 Ich glaube mal, das ist ein Bug. Die Textur sollte da eigentlich wahrscheinlich nicht sein, aber gut. Okay, müssen wir uns merken, hier gibt's Rüstung. Wo komme ich überhaupt hin? Ich ahne es. Da wo die ganzen Kajah, sag ich doch, da wo ich meine Sachen hab. Also ich muss hier runter. Wir wollten doch alle ficken. Alter, die können mich hier alle abschießen Das ist unfair Leute, das ist nicht fair Was ist das für ein fucking Raum hier? Ich bin auch nicht Ich hab da aufgepackt Diese ganzen Hit-Runner, die geben alle Dempast auf den Sack Oh Gott Was machen wir denn da? Wow, Leute, immer schön gebildet bleiben Oh Gott Ja, Alter, von wo denn? Ich hab die Kindheit nicht mehr gesehen Wo sind die denn? Und wo schießen die? Digga, von da unten, ich kann mich von da unten treffen Das ist doch Bullshit, Mann Warum können die mal Sachen durchschießen, durch die ich nicht durchschießen kann? Das ist sowas von wegen, ne? Boah, Alter, nee, es wird nichts Geht so nicht Alter, ich kann so steil gar nicht schießen Und die schießen einfach, wie als wäre da gar nichts Das ist sowas von Bullshit, Alter Gut, keine Änderung Was macht das? Was ist der einfach so weit? Gratul Hey, ich finde es schießen wir Ich finde es schießen wir ... ... ... ... Ah, das wird nichts. Das wird ganz und gar nichts. Tiga! Er hat immer noch welche! Was ist das noch? Alter, du bist ein Älter. Kann der jetzt mal herkommen? Ich falle hier gleich vom Glauben ab. Endlich ist er tot. So, jetzt kann ich mich hier unten kümmern. Da. Noch einer überlebt? Ja, da hat noch einer überlebt. Alter. Ich wüsste, ich könnte einfach so zielen und schießen. Direkt einfach so durch die Kante durch. Habe ich jetzt alle erledigt? Alle Hit-Warner? Scheint so. Gut, da kann ich jetzt endlich mal zu einer Normal-Strategie wechseln. Alter. So eine BB-Blox-Bag-Kacke. Dann. So eine BB-Blox-Boot. Dann bin ich hier. So eine BB-Blox-Bag-Kacke. Dann sind wir auf dem Stil. Dann bin ich mit den Blumen-Blox-Bag-Kacke. Und ich muss, in der Blumen-Blox-Bag-Kacke. Ich füge dich ober die Schmerzen. Oh, komm her. Digger! Schon mal was für Realität gehört? Nicht nur, dass sie das alles durchbeißen können, die können auch noch auf riesige Entfernung mitbeißen. Das ist so sinnfrei! Nein! Was?! Jetzt bist du blöd hier! Wo ist hier noch ein Imp? Hallo? Bleib da! Junge! Da kriegst du ja eine Macke! Ah, Alter! Danke! Ah! Aha! Ah, komm! Das ist, weil du es bist! Wie gesagt, mit Backpack bekommt man mindestens eine Rakete zurück, wir können das also durch... Ja doch, genau! Können wir das durchaus machen! Ist jetzt noch einer? Ah! Noch so ein Viech! Ah, komm! Bleib da, Junge! Der bleibt nicht da! Alter, wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Oh! Oh. Wie gesagt, ich bin da. So. Halt, Stop. Ist jetzt noch jemand? Was? Wow! Oh! 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 Halleluja, okay, was, 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 oh Gott. Ich glaube euch kein Wort, da hinten ist schon wieder einer. Von hässlicher Kleiner kann ich hier durchschießen? Ja! Loll, ich bin wohl der erste Mensch, der einfach durch so eine 20cm Schicht einfach eine Rakete durchschießt. Obwohl, vielleicht gab es das doch schon wieder so. Äh, gelb, okay, ich weiß, was für die viel zu oft. Was? Hä? Was, 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 was. Geht doch. Bin ich jetzt hier? Gut. Äh, welche Katze haben wir gerade bekommen? Bei Gelb haben wir noch nicht. Okay. Oh, Alter. Was? Oh. Gefällt mir. Gefällt mir. Kommt man auch lieber? Ja, kommt man. Oh, das war Gott. Ich habe noch nicht. Genau. Okay. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, nein. Ja, ja. Jawoll. Ja, komm mal hoch hier. Alles schön herkommen. Dankeschön. Wo ist der denn gelaufen? Okay, das schon als Ziel. Alter, und natürlich... Soll ich echt speichern? Ich hab keinen Bock. Ach so, pack auf. Wir haben ja noch eine blaue Rüste... Okay, das ist das Ziel. Wir haben ja noch eine blaue Rüste, um irgendwo rumzulegen. Ich hoffe, ich komme da noch mal hin. Und ich hoffe, wir finden auch noch eine blaue Perle. Ne, das ist hier ein One-Way-Ticket. Das ist jetzt doch verarschen, ne? Das ist jetzt hier nicht One-Way, oder? Alter, es gibt vier Seekwits und wir haben kein einziges. Und hier ist... Ah! Ja! Fucking BFG! Schade, wir kommen aber damit nicht weiter zurück. Mann, ich will aber zurück. Das geht doch gar nicht. Eigentlich fehlt uns ja bloß hiervon. Aber vor allen Dingen fehlt uns halt auch noch Rüstung und Leben. Gibt's dir echt keinen offiziellen Weg zurück? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ah, Gott. Waffen-Check. Und zum Beispiel! Wisst ihr was? es gibt es auf wir könnten uns jetzt mit noclip wieder zurückschieten aber ehrlich gesagt ich bin ich der typ der so gerne rumsheetet und ganz ehrlich und die rüstung ist natürlich schade aber die rüste kette wird es echt gönnen können facken verkauf so wieder alles aus der rüstung na gut das ist dann auch schon der level bis zum letzten level